Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum zweiten Teil der dieswöchigen Serie. Warum ist Call of Duty eigentlich so hart gefällt wie dieses Jahr, so wie noch nie zuvor? Warum haben wir so viele Probleme wie nie zuvor? Gestern, ihr habt die Vorschläge gemacht, was sich alles einmal wirklich analytisch behandeln sollte und nicht irgendwie nur draufhauen. Gestern war das das Kernthema Gameflow Gameplay. Okay, heute haben sich viele von euch gewünscht, Anti-Cheat-System, Cheater, Shadowbuns, wo ich ja auch schon betroffen war, viermal insgesamt mittlerweile und all diese Themen. Und da gibt es unfassbar viele falsche Infos von Leuten, die halt keine Ahnung haben und dann irgendwas behaupten. Die einen sagen, es sind nur Konsolenspieler, die anderen sagen, ja jeder, der gebannt ist, ist auch ein Cheater, es ist so dumm. Und deswegen gehe ich mal drauf ein, was für ein Anti-Cheat-System haben wir? Wie hat sich das eigentlich entwickelt, seitdem es mit Vanguard ja publik wurde, dass wir ein neues von Activision haben? Was ist eigentlich mit diesen Shadowbuns los und wofür werden die Leute eigentlich gebannt und warum ist das ein Riesenproblem? Und dann am Ende kommen wir nochmal drauf, warum wir eigentlich weniger Cheater haben als vorher. Kleiner Disclaimer, wir haben halt auch keine Spieler mehr, das heißt, selbst die Cheater haben keine Lust mehr auf das Game, was schon hart ist. Als allererstes, Call of Duty hat ein hauseigenes Anti-Cheat-System. Activision hat das Team Ricochet eingeführt. Ricochet ist ja sowas wie Abpraller übersetzt. Sollte mit Vanguard in Caldera, wo die Cheater-Problematik ein absolutes Riesenproblem wurde, da hat man wirklich jede Runde mehrere gehabt. Und ich weiß nicht, warum Leute cheaten. Also wirklich, spielerisch sind es ja die schlechtesten Spieler der Welt. Wer in einem Game, wo man nichts bekommt, kein Geld verdient, kein gar nichts, cheaten muss mit Wallhack und Aimbot, der muss ja geistig eingeschränkt sein. Anders kann man es sich ja gar nicht erklären. Und all diese Cheater von Engine Owning und wie die Schwachmaten alle heißen, die da irgendwie für 10, 20, 30 Euro ihre Cheats kaufen. Ich kann mir nur erklären, dass die Leute so dermaßen schlecht sind, dass sie natürlich selbst von normalen schlechten Spielern weggefragt werden. Und so fest davon überzeugt sind, dass sowieso alle cheaten, dass sie dasselbe tun. Also wer von euch cheatet, es tut mir echt leid. Also so schlecht muss man erstmal sein in dem Game. Warum ist das aber ein Problem, was wir nicht in den Griff bekommen? Das Anti-Cheat-System von Activision Ricochet funktioniert nicht. Es ist anders als funktionierende Anti-Cheat-Systeme, wie das von Epic Games zum Beispiel oder das von Valorant. Valorant hat eins der besten Anti-Cheat-Systeme auf dem Markt, aber es ist auch wieder ein eigenes. Würde Activision sich an dem funktionierenden Anti-Cheat-System anderer Hersteller oder Firmen bereichern oder beteiligen wollen, müssten sie dafür natürlich eine erhebliche Gebühr bezahlen. Dieser Service wird ja nicht einfach umsonst zur Verfügung gestellt. Activision ist ein Unternehmen, geführt von einem hirnrissigen Bobby Kotick, der dermaßen hirnverbrannt ist, dass er jeden Cent lieber sich selber in die Tasche steckt, als ein besseres Erlebnis für die Spieler zu entwickeln. Deshalb gibt es das hauseigene Anti-Cheat-Ricochet. Das funktioniert aber nicht, denn die Manpower und damit der finanzielle Einfluss ist so gering, dass die Anti-Cheat-Hersteller keine Chance haben, gegen die Cheat-Hersteller, wie Engine Owning und wie diese schwachen Markenfirmen alle heißen, irgendwas zu tun. Das Anti-Cheat ist auch auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. Es gibt die eine Ebene, es sind die Kernel-Treiber. Diese Treiber sollen auf dem PC mit dem Game installiert werden, so dass der PC während ihr Warzone zockt, immer nur während ihr Warzone zockt, überprüft, ob ihr irgendeine Dritt-Software habt, wie eben diese Cheat-Systeme, mit der ihr dann cheaten könnt. Das Problem ist, das ist so schlecht entwickelt seit zwei Jahren, dass Leute dafür gebannt werden, dass sie Logitech-Software haben, RGB-Software. Ronny, ein guter Kumpel von mir, bei dem ich euch so zu 100.000% sagen kann, dass der definitiv nicht cheatet, ist in eine Runde Cold War reingegangen, hat ein Mausprogramm gehabt, für seine Logitech-Maus war es, glaube ich, und wurde instant dafür gebannt. Und das ist ein Problem seit Monaten, was bis heute nicht behoben wird. Das heißt, ihr könnt Software auf dem Rechner haben, die nichts mit dem Game zu tun hat, die für eure Maus ist, für eure RGB-Beleuchtung, für eure Lüfter. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Mainboard-System-Informations-Software, womit ich meine Lüfter einstellen kann, die LED-Beleuchtung meiner Arbeitsspeicher. Das Anti-Cheat-System ist so schlecht, dass es euch selbst dafür bannt. Dazu kommt, dass es ein Shadow-Band-System gibt. Und dieses Shadow-Band-System ist das, was euch alle wahrscheinlich oder ein Großteil schon betroffen hat. Und zwar funktioniert es wie folgt. Leider. Ihr spielt eine ganz normale Runde Modern Warfare 2, Multiplayer oder DMZ oder Warzone oder völlig egal, welchen Modus ihr spielt. Und irgendein Spieler, den ihr getötet habt, reportet euch. Und es ist egal, für was er euch reportet. Und es ist auch egal, ob ihr cheatet oder nicht. Es ist so schlecht eingestellt, dass sobald ihr 2, 3, 4, 5, es ist nicht klar, wie viele, aber es sind nicht viele, es sind wirklich nur wenige Reports, die man braucht. Wenn 3, 4, 5, 6, 2, 1er bei euch eingegangen ist, werdet ihr automatisch für 2 Wochen ge-Shadow-Band. Dann gibt es in diesen 2 Wochen dann eine manuelle Überprüfung und nach diesen 2 Wochen wird der Shadow-Band aufgehoben. Jetzt kommt aber das nächste Problem bei dem Ganzen. Nicht, dass das sowieso schon absolut schwachsinnig wäre. Das machen die nur, damit sie diese 2 Wochen Überprüfungszeit haben, weil sie eben zu wenig Manpower haben, damit diese Cheats aktiv angegangen werden. Ihr könnt für den Sprachchat, ihr könnt ja einstellen, für was ihr den anderen Spieler reporten wollt. Und ihr könnt für den Sprachchat reportet werden, wenn ihr zum Beispiel beleidigend wart. Ihr könnt auch für den Textchat reportet werden, selbst wenn ihr den Textchat noch nie genutzt habt. Und jetzt ist das Faszinierende, es gibt viele Streamer und Spieler, die sind für den Textchat reportet worden, obwohl sie den noch nie benutzt haben, haben den Shadow-Band dafür kassiert. Das heißt, sie können den Textchat nicht nutzen, haben in der Shadow-Band-Zeit aber wieder einen Shadow-Band bekommen, weil sie wieder dafür reportet worden sind, obwohl sie den Textchat ja gar nicht nutzen können, weil sie dafür gebannt worden sind. Und dann sitzt ihr da und spielt teilweise in Cheater-Runden oder Runden mit einem 500er-Ping. Das ist dann immer so der beste Hinweis. Über Weihnachten hat es mich ja zweimal erwischt hintereinander, weil das erste Mal, ich habe auf Shipment 100 plus gemacht, was ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man dafür reportet werden kann, dass man 100 Kills auf Shipment in Modern Warfare 2 macht. Das ist das Einfachste auf der Welt. Jeder mit zwei Händen, der länger als drei Wochen COD spielt, kann das da hinkriegen. Da gab es den ersten Shadow-Band, der ging eineinhalb Wochen. Zwei Tage konnte ich dann wieder normale Lobby spielen und dann gab es die nächsten Shadow-Band für Sprachchat, obwohl ich den Sprachchat auf der Konsole in Call of Duty überhaupt gar nicht nutze. Und viele von euch hat das schon betroffen. Die Frustration über diese Shadow-Bands, weil man eben auch keine Antwort vom Support bekommt und keine Infos, sorgt dafür, dass die Leute das Spiel quitten und nicht nach ein, zwei Wochen wiederkommen, sondern sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache irgendwas anderes, scheiß drauf. Und das betrifft viele. Das nächste Problem ist, was sie auch immer noch nicht in den Griff bekommen haben, es sind weniger Cheater in den Games jetzt unterwegs, das werdet ihr vielleicht auch festgestellt haben, aber das ist nicht, weil das Anti-Cheat-System Ricochet plötzlich gut funktioniert, sondern weil die Spielerzahlen im Keller sind. Es sind keine Spieler mehr da. Es ist, umso weniger Spieler da sind, umso weniger Cheater sind automatisch da. Und wenn selbst Leute, die so erbärmlich sind und in einem Online-Game cheaten müssen, abhauen, dann sagt das so einiges über die Qualität des Games am Ende aus. Und dann gibt es halt noch diese Trolle, und die könnt ihr gar nicht ernst nehmen, die sagen, ja, ja, du bist gebannt worden, weil du hast ein, keine Ahnung, du hast ein Chronos an deinem Controller, so eine Aim-Hilfe oder sonst irgendwas. Das Erste, In 15 Jahren Call of Duty wurde noch nicht ein einziger Spieler dafür gebannt, dass er einen Chronos benutzt. Das Zweite, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Ihr habt gar keine Ahnung. Ich habe bis heute nicht einen einzigen Kommentar gelesen, der mir einen einzigen Spieler zeigen konnte, der irgendwie mal zu sehen war, dass der einen Chronos benutzt. Diese ewigen, Ah, das sieht man. Man sieht es nicht. Hört auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Man wird für einen Chronos nicht gebannt. Das ist, ihr kennt nicht mal einen, der einen benutzt. Das sind aber Leute, die in ihrem Brain so weit kaputt sind, dass die überall irgendwie solche Sachen sehen, um recht zu fertigen oder selbst sich rechtfertigen zu können, dass man halt scheiße in dem Game ist. Dadurch, dass die Spielerzahlen aber so niedrig sind und Activision ja auch anscheinend taub ist und dumm und gar nicht darauf hört, dass die Leute frustriert sind, dass sie gebannt werden, obwohl sie nichts tun und ihr könnt nichts dagegen tun. Wenn ihr ge-shadowbannt seid, es gibt die Activision Homepage, da könnt ihr dann draufklicken, da sagt er euch dann, ja, du bist ein Shadowban, zwei Wochen warten. Ihr könnt nichts dran tun, gar nichts. Ihr könnt einen neuen Account machen, wenn ihr Pech abwählt, ihr zweimal reportet, seid wieder ge-shadowbannt. Es gibt nichts, was ihr da tun könnt. Jetzt will ich euch eine Sache noch zeigen. Das hier von eSports.com ist aus dem Juni letzten Jahres. Hier hat das große Team Ricochet angekündigt, 180.000 Bands verteilt zu haben. für Call of Duty, für Caldera, für Warzone. Das hier ist so ein bisschen der Graph. Das sind dann auch die Spiele mit den Reports und der rote Graph sind die Cheater Reports dann. Und ihr seht, das ist immer so eine Sinuskurve, geht hoch und runter. Und da haben die ja richtig groß angekündigt, von wegen, ja, wir werden die Treuen und, und, und. Guckt ihr euch aber an, was wir hier haben. Counter-Strike. 1,4 Millionen Spieler. Apex, 511.000 Spieler. Naraka Blade Point. Keine Ahnung, was das ist. 119.000 Spieler. Wallpaper Engine. 117.000 Spieler. Und dann Modern Warfare 2. Guckt euch die Zahlen an. Guckt euch das hier an. Wir fallen hier am Tag auf 45.000 Spieler. Das kriegen wir auch noch niedriger hin. Ich glaube, der hier ist noch niedriger. 45.200. All diese roten Zahlen sind eigentlich alarmierend, bedeuten aber auch, weniger Spieler, weniger Cheater, man merkt es weniger. 24 Stunden Peak war bei 87.000 Spielern. Es ist absolut traurig und eine Franchise, die ausblutet gerade. Das ist Tatsache einfach. Das heißt, um zusammenzufassen, das Anti-Cheat-System funktioniert nicht. Es wird zu wenig Geld darin investiert, um es zu verbessern. Es wird nicht auf die Kritik der Spieler gehört. Es wird darauf geschissen, dass Leute unschuldig suspendiert und gebannt werden für ein Game, für was sie Geld bezahlt haben. Und dadurch verliert man noch mehr Spieler. Das heißt, ihr seht, diese Serie, die ich diese Woche mache, baut sich aufeinander auf. Gestern Spieler gehen weg, weil der Gameflow nicht da ist. Heute Spieler gehen weg, weil ein Anti-Cheat-System heutzutage wichtig ist, aber bei Activision anscheinend keine Priorität besitzt und man lieber unschuldig Leute bannt, als Geld in die Hand zu nehmen, damit Entwickler eingestellt werden, die sich damit richtig beschäftigen können. Und jetzt in der nächsten Reihe werden wir auf sowas gehen, wie Waffennamen, Waffenbalancing und ganz wichtig, Kommunikation. Denn Tatsache, das nehme ich jetzt schon mal vorab, es gibt keine Kommunikation. Mit keinem, es ist wie jedes Jahr eigentlich, seit drei Jahren. Es wird nicht mit der Community gesprochen. Man kriegt keine Infos. Die Patch-Notes von Infinity Ward sind scheiße, die Updates sind scheiße. All das aber im nächsten Video. Ich versuche es zum Morgen fertig zu machen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Mir macht die Serie gerade Spaß, weil das einfach mal ein bisschen analytisch ist. Und dann gucken wir mal, dass ich euch irgendwas Schönes ab nächster Woche zeigen kann, was jetzt nicht nur Tarkov ist, aber vor allem Tarkov und vielleicht irgendwas, was euch noch interessiert, weil Content machen für Call of Duty aktuell ist, es juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Das Game ist so tot, da gibt nichts zu berichten. Es ist Wahnsinn. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da und schreibt rein, was ich diese Woche noch für euch behandeln soll. Ciao.